Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 10. Juni 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1208. Und heute habe ich die folgenden Neuigkeiten. Grossbritannien Stage Manager, Apple Pay Later, iOS 16, E-SIM Profil, Voice over IP Call, USB-Sperre, Swatch, Huawei und Nuki. Also ihr seht, nicht nur Apple-Themen, aber natürlich vor allem, da wir uns immer noch in der WWDC-Woche befinden und da einige Dinge rund um die WWDC und halt so mit Apple rausgekommen sind. Zum einen, aber jetzt zuallererst mal ein bisschen nicht ganz WWDC-lastig, aber dennoch mit Apple-Bezug. Die EU zwingt ja Apple dazu, zukünftig bei seinen Smartphones einen USB-C-Port anzubringen. Ja, ihr wisst, was ich davon halte. Ähm, Grossbritannien möchte das nicht. Natürlich wird es nicht so sein, dass Grossbritannien ein eigenes iPhone bekommt mit weiterhin Lightning und oder ansonsten irgendwas dazwischen. Nee, es geht wahrscheinlich eher ein bisschen darum, dass sie zeigen können, dass sie ein bisschen liberaler sind als diese böse EU da draussen. Spannender Move und ja, mal schauen. Die Schweiz könnte eigentlich jetzt auch sagen, wir sind gegen diesen USB-C-Zwang, was die EU da draussen macht. Aber ja, wir werden es sehen. Apple erklärt, warum der Stage Manager, das ist die neue Möglichkeit, um Multitasking auf dem iPad zu betreiben, nur auf den M1-iPads möglich ist. Man hat ja mittlerweile herausbekommen, dass das eben nicht auf allen iPads geht, wie so viele neue Funktionen bei neuen Betriebssystemen, sind die natürlich nicht total bis nach unten ganz überall, ähm, ja, möglich. Der Grund ist ein relativ einfacheres, um es abzukürzen. Mit iOS 16 wird die Memory-Swap-Funktion mit reinkommen. Das ist etwas, was man bei Android-Nutzer, zumindest im Hause Samsung und ich glaube Oppo, zumindest eher auch schon kennt, dass man die Möglichkeit des Speichers, also des Hauptspeichers, nicht Festplatten, sondern SSD-Speicher auf euren Geräten als RAM ausgegliedert werden kann. Ein Ding, was wir schon früher aus der PC-Welt her kannten und somit funktioniert eben auch die Möglichkeit, mehr RAM einer App zuzuordnen. Bis zu 16 Gigabyte sind das und da auch eben die Stage Manager-Funktion darauf aufbaut und das nur bei aktuellen M1-Tablets die Möglichkeit ist, ist das der Grund, weshalb das so ist. Und somit auch verständlich, man hätte es eventuell auch ein bisschen anders lösen können. Zukünftig glaube ich aber, und das ist wie immer bei Apple halt so, man gibt gewisse Dinge raus, die halt dann nur bei gewissen Geräten funktionieren. Ich glaube aber, damit das wirklich flüssig funktionieren kann und auch wird und auch zukünftig tut, hat man da einen klaren Schnitt gemacht. Und ich habe schon länger gesagt, M1 wird die Zukunft sein als die M-Plattform. M2 gibt es ja mittlerweile auch schon. Es gibt weitere Neuigkeiten zu Apple Pay Later. Ich glaube, ich habe die Woche schon mal darüber gesprochen. Man hat natürlich gemunkelt und herumgefragt, wie das Ganze funktionieren soll, ob da wieder Goldman Sachs dahinter steckt, für die ganze Kreditvergabe, für die Bonitätsprüfung etc. Nein, das ist nicht so. Das ist das erste Mal, dass Apple hier die Bank umgeht, die Goldman Sachs nicht mehr in Kooperation ist. Laut Bloomberg ist es nämlich so, dass Apple die Kreditvergabe selber macht, Apple auch die Bonitätsprüfungen selber durchführt und dass Apple schlussendlich zwar doch noch mit Goldman Sachs zusammenarbeitet für die Abwicklung, aber die Vergabe und alles drumherum macht Apple selber. Und das geht dann schon in die Richtung, wo ich gesagt habe, von wegen dem vielen Geld, was ja bei Apple noch rumliegen könnte. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die ein oder andere Daily-Episode hier vor wenigen Tagen. Dann hat man weitere Geschichten raus, in Anführungs-Schlusszeichen, gefunden oder bemerkt rund um iOS und iPadOS 16. Zum einen ist es möglich, dass ihr eben auf den virtuellen RAM nutzen könnt, was ich vorher schon gesagt habe. Dann hat die iCloud-Einstellungsseite ein neues, optisch schöneres und aufgeräumteres Design bekommen. Schnellnotizen kommen auch aufs iPhone. Kontakt-Widgets zeigen jetzt auch ungelesene Nachrichten an. Die AirPods haben ein Kontrollzentrum, Einstellungsmöglichkeiten und, und, und. Also viele weitere Funktionen. Was ich spannend finde, ist die Möglichkeit des Übertragens einer eSIM. Das ist von Hersteller zu Hersteller nicht ganz so einfach. Ich könnte euch in den Shownotes auch noch einen Link reinmachen mit generell eSIM in der Schweiz. Für diejenigen, die das interessiert, unbedingt mal reinlesen auf daily.giktok.ch. Da habe ich einen Blogpost hinterlegt, den euch interessieren könnte. Aber was geht in Zukunft? Ihr müsst nicht mehr mit QR-Code und so rüberwurzeln, alles Mögliche, das Ganze umstellen. Je nach Hersteller kann das wirklich, oder je nach Provider besser gesagt, kann das wirklich kompliziert sein, wie ich mitbekommen habe. In Zukunft soll es möglich sein, vom alten aufs neue iPhone mit Bluetooth das Ganze zu übertragen. Finde ich gut, sollte generell so gelöst sein. Auch von Apple-Device auf Android, Android auf iOS und so weiter und so fort. Das sollte zum Standard werden und nicht diese doofen QR-Codes. Weiter geht es mit Voice-Over-IP-Anrufe. Die sollen nächstens auch für WatchOS 9, also mit für die Apple Watch zugänglich sein. Das heisst nicht nur die Telefonanrufe, die ihr normal bekommt und Face-Call-Anrufe bekommt ihr auf die Uhr. Es sollte möglich sein, sofern die einzelnen Messenger das dann auch implementieren. Zum Beispiel für WhatsApp, Threema, Signal etc. Anrufe direkt auf der Uhr entgegennehmen. Das heisst, das nächste WebEx, das nächste Team-Meetings, was ihr habt, könnt ihr ganz einfach mit eurer Apple Watch und dem Headset abhalten. Wie cool ist das? Die neue Welt ist doch schön. Dann gibt es Neuigkeiten zu der USB-C-Schnittstelle an iPads und vielleicht auch zukünftigen iPhones. Da kann man natürlich auch Geräte anstöpseln, unter anderem Geräte wie Speichermedien oder Mikrofone etc. Die haben allesamt ein Ding, was bei grossen Firmen zumindest vielfach gesperrt ist, nämlich eben diese USB-Ports, weil man da natürlich auch Malware und andere Geschichten einschleusen kann und oder Daten abzügeln kann. Das möchte man nicht unbedingt. Es gibt ja auch ein Ladekabel, vermeintliche Ladekabel, die auch Datenkabel sind. Wenn man die einsteckt, wird das Smartphone ausgelesen. Solche Dinge sollten verhindert werden und deshalb hat Apple in iPadOS 16 per Default eine Möglichkeit drin und soll anscheinend auch bei macOS kommen, dass Geräte, die angesteckt werden, zuerst einmal freigegeben werden müssen. Finde ich gut, finde ich richtig. Kann man natürlich gespaltener Meinung sein. Falls man das auch noch deaktivieren könnte, wäre das natürlich auch schön. Aber für den unbedarften Nutzer hoffe ich, dass man das drin lässt, weil ich bin schlussendlich der wieder, der die Anfrage bekommt und der das Ganze bereinigen muss. Und viele andere Menschen da draussen. Und die möchten das natürlich nicht. Dann gibt es Neuigkeiten von der Klage zwischen Apple und Swatch. Ich dachte, das sei eigentlich fertig, aber nee, Swatch hat es noch weitergezogen vor das Europäische Amt für geistiges Eigentum, EUIPO. Und die haben jetzt beschlossen, dass Apple die Kampagne oder den Markennamen Think Different nicht mehr nutzen darf, für sich besitzen darf, weil sie ihn seit 1997 nicht mehr wirklich gebraucht haben. Swatch hat 2016 selber die Löschung von Apples Slogan eingeleitet und den eigenen Slogan, nämlich Think Different, eingelegt und da eben schon gegen Apple in der Schweiz gewonnen. Jetzt haben sie auch noch EU-weit gewonnen. Mühsam, mühsam. Aber ja, Dinge, die sich halt nicht vermeiden lassen in der heutigen Welt. Weiter geht's mit Huawei. Die haben neue Freebuds 5i, hören Sie auf den Namen zumindest, vorgestellt aktuell für den chinesischen Markt. Die werden aber sicherlich auch irgendwann in nächster Zeit bei uns aufschlagen. Was sind das? Das sind In-Ear-Kopfhörer mit Nupsis drauf, die ANC haben und viel Akku, die die Möglichkeit haben, von Umgebungsgeräusche bis zu 42 Dezibel zu reduzieren, wie schon das Vorgängermodell. Ein bisschen einen besseren Codec ist mit dabei, Treiber mit 10 mm, also High-Res Audio Wireless ist damit möglich und so weiter und so fort. Wenn dann die Dinger mal irgendwann hier sind, in China zumindest ab 18. Juni, gehen Sie an den Start, für etwas um die 85 Währungseinheiten, dann werde ich natürlich berichten und oder ein Video dazu machen. Übrigens, apropos Video, in den Shownotes verlinkt, habt ihr den Link zu meinem YouTube-Channel. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr dann möchtet. Da hat es das eine oder andere spannende Video, vielleicht und oder auch nicht. Zu guter Letzt noch ein Service-Hinweis für all diejenigen, die in Nuki Schloss haben und damit ihre eigene Türe, die Bürotüre oder was auch immer aufschliessen. Achtung, Achtung, wichtige Durchsage, updatet und zwar jetzt. Kein Grund, das nicht zu tun, sondern alles liegen lassen und sofort das Ganze zu updaten. Nuki hat nämlich nicht nur ein Update rausgebracht, sie haben auch proaktiv die Nutzer darüber informiert, dass man unbedingt ein Update einspielen darf. Weshalb dieses Sicherheitsupdate kommt, haben sie natürlich nicht gesagt, in der Hoffnung, dass möglichst schnell ganz viele updaten und dann niemand die Sicherheitslücke ausnutzen kann. Deshalb nochmals Achtung, Achtung, Durchsage, du hast ein Nuki Schloss, updaten bitte. Das erinnert mich, da hinten steht eins, ich gehe gleich mal updaten. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, euer Pogipsi, Tschüss. Hört mehr Geek Talk.